Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde von KUTAN Immobilien. Heute stelle ich Ihnen eine neue Immobilie aus unserem Portfolio vor, die wir in Kürze zur Vermarktung freigeben werden. Es handelt sich hierbei um ein großzügiges, um ein luxuriöses Anwesen in besonderer Lage von Beindersheim. Beindersheim ist ein Vorort von Frankenthal, das eine neue Familie sucht und ihr ein neues Zuhause geben möchte. Im Hintergrund von mir sehen Sie ein Beispiel des aktuellen Wohnbereiches. Hier noch einige Rahmendaten zur Immobilie selbst. Das Grundstück verfügt über beinahe 800 Quadratmeter. Es hat eine Wohnfläche von über 300 Quadratmetern. Sie sehen also, es hat zahlreiche Zimmer für Jung und Junggebliebene. Die Immobilie selbst stammt aus dem Baujahr 1989. Sie hat einen beheizbaren Wintergarten mit top gepflegter Außenanlage und riesiger Terrasse, die ihre Bekannten, ihre Freunde, aber auch natürlich ihre Kinder begeistern wird. Sie hat eine Studiogalerie und im Sutter eine große Fläche, die zum Beispiel als Bürofläche selbstverständlich mit separatem Eingang geeignet wäre. Ja, und vieles, vieles mehr. Besichtigen Sie Ihre Drang-Immobilie und reagieren Sie schnell. Sie haben dann die einmalige und exklusive Chance, zu den Ersten zu gehören, die die Immobilie besichtigen bzw. dann später auch Ihr eigen nennen können. Ja, und wenn wir an dieser Stelle Ihr Interesse wägen konnten, dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Wie? Auch das ist ganz einfach. Sie nennen uns das Stichwort Frankenthal und die Objektnummer BO2234 und senden das Ganze an unsere Mailadresse info-at-kutan-immobilien.de oder noch einfacher, Sie rufen uns an unter der Vorwahl Frankenthal 06233 120 0050. Wir senden Ihnen dann bei beiden Varianten ein unverzüglich, ein aussagefähiges und ein umfangreiches Exposé zu, dass Sie selbstverständlich auch an Ihre Freunde, an Ihre Verwandten, an Ihre Bekannten, all die, die unter Umständen auch etwas suchen, weiterleiten können oder Sie teilen das Ganze einfach über Facebook. Bis bald, wir freuen uns, Ihr Kutan Immobilien Team.